Hallo, ich bin Wolf-Dieter Storl und möchte euch hineinführen in die eher dunkle Jahreszeit und die Feste, die dazugehören. Traditionelle Völker haben immer im Einklang mit der Natur gelebt, mit dem Jahreskreis. Und die Feste kann man gar nicht verstehen, wenn man das nicht im Sinn hat. Moderne Feste, die sind abgekoppelt von dem Lauf der Natur. Die passen sich nicht an den Lauf des Jahres an. Heutzutage haben wir das fast vergessen, dass wir in einem kosmischen Zusammenhang leben mit kosmischen Rhythmen. Denn in einem Haus, das so Zentralheizung hat und wo man dann sich Bilder reinzieht, sagen wir mal, es ist Herbst und dann gibt es einen Film, der findet im Frühling statt, da gerät die Seele ein bisschen durcheinander. Wir wollen erleben, wie unsere Vorfahren diese Zeiten erlebt haben, wie sie mit der Zeit gingen und mit der Natur draußen. Wir wollen die Naturfeste, wie sie bei allen Völkern eine Rolle spielen, heute ein bisschen betrachten. Diese Völker, die haben innig mit der Natur und den Naturrhythmen, mit den Tieren und Pflanzen und dem Wetter und dergleichen der damaligen Zeit zusammen gelebt. Und was sie erlebten, wie die Wintersonnenwende, die Sommersonnenwende, ist eigentlich ein Mitschwingen mit dem, was in der Natur stattfindet. Diese Ahnen sind für uns wichtig, sie geben uns auch richtige Ahnungen. Wie tief diese geistige Verwurzelung ist, kann man schon sehen, wie gerne die Kinder Indianer spielen. Denn die Indianer haben sehr viel von der alten, altsteinzeitlichen, also paleolithischen Kultur beibehalten. Und das erzeugt in uns Resonanz. Wenn wir uns mit den alten Festen und Bräuchen und so weit entfernten Ahnen befassen, da kommen wir in Resonanz mit den Ahnengeistern. Wir kommen in Resonanz, denn wir sind nicht irgendwie von einem anderen Planeten gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht einige von uns, aber im Grunde genommen nicht. Wir sind Kinder der Erde. Wir sind Ur-Ur-Urenkel dieser Menschen. Und wenn wir mal aus dem ganzen Hetzen und diesen Sorgen herauskommen und unsere Seelen öffnen und schauen und lauschen, dann ist die Verbindung wieder da. Dann können wir mit den Ahnengeistern wieder reden. Das klingt für moderne Menschen irgendwie esoterisch und komisch. Aber ich bin Ethnologe, echter Ethnologe, habe das sogar unterrichtet, habe Feldforschungen gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass bei vielen Naturvölkern, da ist es ganz klar, dass die Ahnen da sind und Inspirationen geben. Das geht sogar bis in das Wort Ahnen, also Ahnung geben. In einer vollkommen materialistischen Welt, also einer Welt, die einem materialistischen Dogma folgt, macht das keinen Sinn. Aber das Universum ist mehr als nur die molekularen oder energetischen Bestandteile. Das Universum besteht auch aus Seele, das ist primär und aus Geist. Und wir können uns damit verbinden, mit dem Geist, mit den Geistern, mit den Göttern. Das ist keine Abstraktion, das ist nicht nur eine Idee, sondern wie mir die Indianer und Inder und so weiter sagten, es ist eine Wahrnehmung. Um wahrzunehmen, muss man erstmal wissen, wie man schweigt. Wenn man ständig auf Sendung ist, das Hirn ständig plabbert, dann nimmt man das eben nicht wahr. Wenn man in die Stille kommt, dann weiß man, das ist so. Und es gibt keine bessere Zeit im Jahreskreis, als wie die Winterzeit, die Sonnenwendnächte, die zwölf heiligen Tage. Zwölf Tage hat man das gefeiert früher. Aber es gibt keine bessere Zeit, um eben in diese Meditation, in dieses Stille, in dieses Lauschen, in dieses Wundern und gar Staunen zu kommen.